Rüdiger Ziel wird Manager beim FCS. Ein Fußballlehrer, der vor allem in der Wolfsburger Jugend mit sehr viel guter Arbeit auf sich aufmerksam machte. Aber was ist das Ziel dieser Verpflichtung? Möglichkeit 1, man will die sportliche Kompetenz und das eigene Netzwerk ausbauen und stärken. Aber es gibt schon mit Trainer Koschinat und Sportdirektor Luginger eine sportliche Leitung. Mit einem neuen Manager müssen Aufgaben und Kompetenzen zwischen den dreien neu verhandelt werden. Dann ergibt die Verpflichtung vor allem dann einen Sinn, wenn jemand Aufgaben abgeben möchte. Und das dürfte dann eher Jürgen Luginger sein. Oder Möglichkeit 2, Ziel wird als Manager geholt, um dann auf den Trainerposten zu wechseln, wenn man Uwe Koschinat den Aufstieg nicht mehr zutraut. Denn auch Ziel ist Fußballlehrer. Und öffentlich angezählt hat Jürgen Luginger, ob gewollt oder nicht, den Trainer mit seiner Forderung nach Siegen in Bayreuth und Essen. Was ist eure Meinung?